immer gern immer gern tal der quali ich hab auch so ein mega high package ding ins kirchen von daher ist gut wir sind alle hier in einem ding nur du nicht oh nein ups verzeihung ja mach du mal lieber mach du mal hier kommt nämlich jetzt das schwein kommt naja weil wir nächstes freddie wegen der uhren unten er kommt doch er ist da bei euch schlänzelt um euch ich bin da nicht eine werkzeugkiste rechts neben dem wo wir gerade waren nehme ich jetzt mal mit wir sind ja vielleicht im traum es wird also alles nur noch schlimmer so ich probel jetzt mal hier in so dem gen rum radisi ist gleich im traum wir alle der blöde sack er ist bei mir macht es jetzt sinn ist weiter zu reparieren warte mal du bist neben mir du bist neben mir ist bist du da gerade weggerannt vom gen kannst du jetzt nicht beschreiben mach einfach weiter weil ich bald fertig bin da leuchtet irgendwas ach so da kann ich mich aufwecken ja eben mit dem klatschen deswegen wollte ich das machen oder wenn ich daneben drücke beim gen das geht auch wo fang ist bei mir hat den sticke wecker er ist bei mir er hat mich nicht gesehen ich habe ich wollte mir den wecker holen okay ich habe mich aufgeweckt hast du der nebens ja dadurch weiß aber wo ich bin dadurch war gleich bei mir da der geblutet okay bin wieder wach so wir wieder im gen alter ich hasse freddy ich auch aber nicht so gut ehrlich gesagt ich bin bei diesem abgestürzten zeppelin sehr gut anders fertig wie weit warst du mit deinem was fertig warst du bei dem zeppelin in der nähe er hat mich natürlich erwischt aber dadurch hast du ja auch wach durch den schmerz nicht weil du rennst zu mir was soll das was soll das rein weg rein weg erst bei mir renn weg renn weg wenn er mich schlägt bin ich sogar im traum ach so nein du musst irgendwo hin dass er dich nicht sieht nicht einfach nur rumgammeln ja er sucht nicht er hat mich aber ich bin weg gekrochen er hätte mich erst kurzzeitig gesucht so ich kann mich mit meinem super sunny kasten extrem geil heilen ja Achtung er kommt er trägt mich im keller okay bin wieder geheilt wo bist du denn wo ist denn das meine güte hey meine krawatte hängt ja dann auch hinten wenn ich aufgehängt werde sehr gut fall ruhig zehn meter oben und dann rechts weg er ist nach links gegangen rechts was ist er denn er ist hinter uns er ist hinter uns er ist daneben geschlagen hau ab er ist hinter dir her er will dich links 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 oh da ist die falltür da wo ich liege ist die falltür in der nähe hau ab krieg ich weg er sieht mich krieg ins hohe gras er hat gegen jan getreten er sieht mich nicht er sucht dich er sucht dich bleib liegen bleib ruhig liegen hier ruhig liegen bleiben erst das geht nicht ich konnte nicht ruhig liegen bleiben shit er hat mich er hat erst in die ecke geguckt und ist dann weiter hajo man mich wieder schon fast wieder tot ich bin einmal gekommen sind in den letzten runden fucker links links hinten bin ich ich bin links hinter dir jetzt nach hinten nach links in die ecke da und langsam 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 erst direkt hinter dir ist direkt hau ab hau ab hau ab er hat mich erwischt er ist wieder hinter dir her du musst rennen du musst rennen du bist tot versuch irgendwie in den zeppelin und dem da auszuspielen er halt mich er ist bei mir flüchte 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 habe ich ihn gestagert habe ich ihn gestagert er ist weit weg ich muss mich nicht so anschreien bei mir bringt es gar nicht jetzt ich glaube ich kriege still liegen bleiben still liegen bleiben er ist da er ist bei dir ja er ist bei dir er hat mich weiß der das denn nur ach wahrscheinlich weil er im traum ist oder ich im traum bin dadurch fuck äh du bist ne du bist ja doch gar nicht tot oder doch sicher ja fuck ich glaube wenn die krallen in mich reingespießt werden und ich nach oben abtransportiert werde heiße ich bin tot aber ich bin mir nicht ganz sicher warum kann ich hier diesen wecker nicht nehmen weil es muss der richtige wecker sein der leuchtende ach so sehe ich den ah ja natürlich ja der leuchtet weiß du rennst die falsche richtung ne da hinten ist er ja ach so ich renne nur nicht durch die mitte ich will nicht durch die mitte rennen ja erst bei der anderen die verletzt ist mac muffin oh ich bin so dumm da war gerade eine die hätte ich erwecken können vergesse ich immer wieder ah noch zwei gens das ist machbar oh da ist er ja auch noch warte mal der rennt doch bestimmt hier hoch er hebt sie auf auf jeden fall oh das ist gut ja es ist bei dir in der nähe da ist er keine chance aber ich würde mich so gerne selber wecken jetzt hier aber ja mach das doch zuerst nein ich renne sie zuerst der kommt bestimmt gleich wieder dann weck dich auf ich muss sie erstmal heilen nein weck dich auf das ist viel wichtiger ja aber er wird doch bestimmt wieder her kommen mhm oh fuck er kommt aber du kriegst es ja nicht mit weil du im traum bist wow siehst du du kriegst es nicht mit sorry aber geh dich mal wecken geht nicht ich muss hier wecken er ist hinter dir her er ist auf dem hügel jetzt läuft er wieder zu ihr er ist zu ihr er ist bei ihr macht der andere gerade zufälligen jen ja ist der bald fertig er hängt sie auf oben auf dem hügel hin ist der andere bald fertig und läuft in diese hütte rein nebendran weiß ich sie hat aufgehört glaube ich ah dann mach ich das jetzt weil ich hab ein reparator zu sie rennt zu der anderen und will sie retten ja sehr gut ah das siehst du ja auch aber ist natürlich irgendwie hartbeet da ja geht die wird sterben ich hoffe nur dass ich da noch ein kommen kann ah man siehste zwei gläser wein und sofort ist meine sonst hätte ich mal kein rausragen da großartige auch noch ein viertel damals voll erwischt aber vielleicht steht der eine wieder auf wenn alle chance ist er bei mir sie versucht sich zu verstecken die andere ist angeschnetzelt siehst du ja er verfolgt sie sie ist auf dem bagger aber die andere kann sich ja hochheilen oh yes das ist es das ist es komm die andere braucht jetzt hier dieses zack ne der holt sich gerade ich machs aber auf jeden fall auf sind beide unten ich muss wenigstens bis zur hälfte er ist bei keinem von beiden soll ich es riskieren sie zu retten ja nein ach der hebt die andere auf und so ja du bist verletzt man was nee bist du nicht ich nicht die andere hängt am haken und ist tot die andere wird gerade geholt von ihm ja er holt sie hau ab warte mal aber vielleicht wird sie noch hat sie hier dieses rauspusteln ding und steht sie auf ne ne ich probier es ich wecke mich auf und probier es ich kann mich aber aufwecken was hier sie ist immer noch eben sie ist noch nicht aufgehoben scheiße er ist hier oh irgendwo ist er ok sie kriegt auf sich zu ja der andere ist beim ausgang also der andere der böse also siehst du ja ja der andere der böse was hau jetzt einfach ab man ich höre die ich höre die ganze Zeit äh das Gepolter ich dachte er ist direkt bei mir alter hier geschwören können dass er fuck das muss ich eigentlich probieren ne nicht yes sehr gut ich muss trotzdem bei ihr bleiben ich muss ich weiß nicht wo sie hin muss komm 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 ich muss den Hild abfangen ich muss blocken ich muss blocken hau ab yes haha du Stinkebärz du alter Stinkebärz ich hab sie ich hab sie geblockt hast du es gesehen ja ich hab sie gesehen du hast sie voll gerettet mega gut voll gut gemacht ach herrlich alter nicht gut sehr schön alter da hat sie es wirklich geschafft sich vor dem Haken mhm krass er Freddy ist auch hart voll geil aber ich find trotzdem der Doktor ist doch beschissener ja wenn man den gut spielen kann zumindest ja ja aber geile Runde cool mega mega jetzt ja gehts wieder los das Thompson Haus Code Wind Farm ok ich bin direkt an einem Jen wunderschön mit irgendeiner Tussi oh Cutten 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 wie bitte Kettensägenmann ist es ich hörte ihn so ich bin in irgendeiner Hütte ok wir haben es gerade geschafft zweimal daneben zu drücken also erst sie dann ich wir haben uns wahrscheinlich beide erschreckt er ist zumindest bei mir in der Nähe oh Gott sie soll sich verpissen sie drückt schon wieder daneben ich mach erstmal eine Truhe dem kaputt muss ich ja sowieso machen so ich hab keine Ahnung was sie macht ist kein Jen oben was ist das für ein Scheiß er ist irgendwie hier die ganze Zeit bei dem Haus ne er verfolgt hier die eine Tussi ja krieg's mit wenn jetzt oben beim Haus irgendein Haus Hütte Stinkehütte fuck jetzt hat er mich angeschnetzelt das ist frech doch der wäre weg ja ich hab gesagt ich seh euch da unten ich hab irgendwie das Gefühl dass er gleich hoch kommt zu mir ist das möglich keine Ahnung ich bin nicht mehr da er ist die ganze Zeit hier in der Nähe da war ich jetzt gerade ne es heil ich mich jetzt mal er ist da weg sehr gut dreiviertel ein bisschen weniger hab ich gleich du sie heilt mich sehr gut ihr könnt ja noch äh Fanatico heilen Fanatico Fanatico ich glaub wir suchen grad erstmal den nächsten Jen so hab ihn so hab ihn oh er ist bei mir ich hör ihn auch er steckt mich hier gerade im Schrank ich bin auf dem Feld mach den nächsten Generator sehr gut drück mal daneben ne er ist hier irgendwo ist er wieder weg sehr gut es läuft genau so oh hier ist ein Jen direkt unter mir das ist aber schön ich sehe wohl viele Generatoren noch zwei auf jeden Fall ja ich auch bin am nächsten oh großartiger Fähigkeiten check meine Güte die haben hier wirklich was am Balling scene gemacht oh sagte er und drückte daneben ja sie aber auch es spielt sich viel smoother als sonst sehr gut die nächste hilft mir hier am Jen wir sitzen auch am nächsten dran geiles Anwesen schön würde ich mir kaufen würde ich so nehmen kauft wie gesehen ja geil läuft ne oh er kommt zu uns ja kommt zu uns jo er ist bei mir der Mann mit der Popherzen Frau daneben wo ist denn euer Gender er hat mich getroffen das ist ja frech hat er daneben gehauen schon ziemlich krass wie gut ich hier bin wieder daneben gehauen Gott bin ich gut scheiße ey ihr seid ihr alle am Jen oder was jetzt müsst ihr auch nicht da und da ich nehm den linken ich bin tot man wieso ja weil ich ihn die ganze Zeit abgelenkt hab während ihr ach so du legst da du bist aufgehängt he oh shit das ist Achtung, er kommt hinter dem, der gerade die Tür da aufmachen will. Ich weiß, ich rette dich. Wir gehen zum anderen Ausgang, oder? Ich weiß nicht, wo der andere ist, aber okay. Do it. Ich glaube, da hinten. Folge mich. Ja, da ist auch die andere. Der andere. Das andere. Soll ich dich heilen erstmal? Nö. Aber ich muss mein Sunnypack aufbrauchen. Dann mach das jetzt hier. Ja, aber erst machen wir auf, oder? Nee, dann kommt er her, ja. Ja, aber mach fast auf. Na gut, komm, die andere macht auf. Komm her. Der noch da. Steht direkt hinter dir. Ja, du rennst dann aber zur Gegend. Jawohl, halt mich mal. Jetzt muss man der andere natürlich auch helfen, ne? Die humpelt. Wo ist die denn? Du musst die heilen. Da, da. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Bleib hier, ne? Er ist links neben dir. Hier, links neben dir kommt er jetzt. Wo ist die? Da ist er, da ist er, da ist er. Er kommt hinter mir her. Er ist direkt bei dir. Die andere haut ab. Hau auch ab. Ich bin bei der anderen Tür. Ich hau jetzt ab. Hau ab. Bist du weg? Bist du weg? Nee, aber ich weiß nicht, wo der andere Ausgang ist. Rechts. Geradeaus. Nur geradeaus. Links. Ich hau ab. Okay. Ich bin bei dem anderen. Ja, der war nicht so gut, der Killer, ne? Aber wir waren verdammt gut. Haha. Geil. Die Krawatte wackelt jetzt auch richtig physikalisch korrekt, ne? Das war doch sonst auch mal irgendwie so anders. Ich weiß nicht wie, aber es war anders. Hm. Und? Wie viel steige ich auf? Oh, 45. Jetzt geht's los hier. Ja, aber... Radisi kriegt die meisten Punkte. Und von Fürdefranz hier die allerletzten Runzelpunkte. Na gut, aber geiler Runde. Gewonnen ist gewonnen und ist halt so. Aber ich wollte doch mein Medipack aufbrauchen. Hast du es nicht geschafft? Nee. Hast du das Flosstern wieder nicht auf die Wunde gedrückt, sondern mir irgendwie in den Anus rein? Aha. Na, du warst einfach... Haha. Du warst einfach nicht verletzt genug. So ist das. Doch, sie hat mir ja geholfen. Das war's. Dir geholfen, mich zu heilen. Damit sie der Nächste gleich schnappen kann. Oder ich nochmal. Wenn da gleich was Gutes ist. Macmilli. Macmilli. Macmillus. Was war das für ein Geräusch? Am Anfang hier... Die Hasefrau. Oh, jetzt mach dich hier ran, Mann, Junge, Alter. Steht da eine halbe Stunde. Oh, schöne Wetter, die Häse. Oh, sie kommt. Hatte ich doch gesagt. Wollte ich mir schon mal vorwarnen. Oh, du bist das Opfer. Nee. Zum Glück nicht. Oh, ist schon jemand fliegt am Boden. Oh Gott. Ich mach mal ein bisschen weiter. Ja, ja. Ich hab ein Drittel. Na los, komm wieder her. Wettest du sie? So, der Plan. Alter, das war gut. Der schreit da so. Gott, bist du gleich am Boden? Ja, ich bin auch gleich hier am Arsch der Heide. Da wächst das Grüne. Die wirft. Soll ich sie mal retten? Locke ihn mal weg. Gut, Locke. Fett, Locke. Die hinter dir her? Ja. Ai, Caramba. Da kam der Booster. Aber gut, ihr habt sie gerettet. Sehr gut. Und schon zwei Gens. War aber eine ganz geile Runde hier gegen sie. Jetzt häng ich leider am Selbigen. Okay, sie ist direkt bei euch. Nee, sie rennt nach links. Sie rennt nach links. Ihr habt jetzt die Chance, mich zu retten. Sie ist sehr weit weg. Sie ist sehr weit weg. Wieder in der Hütte. Run through the hills. Sie macht meinen Jön da hinten kaputt. Weg, weg, weg. Nicht da reparieren. Wer auch immer das ist. Don't do it. Ah, doch, mach ich. Die kommt wieder zurück. Das kann ich ja sagen. Naja, aber zu euch. What? Oh, selbst geworfen. Oh, das ist aber frech. Wirklich wieder denselben nehmen. Drehst du dich da hin wieder zurück? Nö. Ich bin zum Haken gerannt. Das ist ja frech. Das ist ja echt frech. Denselben nochmal nehmen. Muss schon kämpfen. Hätte ich ja gar nicht damit gerechnet, dass es so schnell wieder zurück ist. Hätte ich mich natürlich mal umdrehen können. Ich gebe es zu. Warum sehe ich eigentlich nichts? Das oder so. Was ist denn das für ein Heilpackage? Reicht ja nicht mal zum Heilen. Das ist ja eine Kackenwurst hier. Letzten Müll mitgenommen. Das ist wie so ein Viertel Pflaster mitgenommen. Nur die Klebefläche. Er hat mich erwischt. Naja, ist echt nicht schlecht. Fuck. Sorry. Mann ey, fuck you. Olle Schlapse. Ich bin zu blöd. Heil Dinge, es ist aber die Hölle. Sie bringt mich in den Keller. Ne, doch nicht. Draußen irgendwo. Meine Güte, bin ich gerade bescheuert hier mit dem Quicktimes. Sehr gut. Boah, zweimal habe ich beim Pflaster abreißen ihr die Schambehaarung rausgezogen. Ist sie bei dir? Ne. Du bist ja Ellen weit weg. Läufst du gerade auf mich zu? Ja. Gut. Ich höre sie aber. Bei mir hört man sie nicht. Jetzt hört man sie leise, aber. Sie ist aber nicht hier. Sicher? Ich sehe sie nicht. Du musst nach rechts, ne? Von wegen. Ich habe sie nicht gesehen. Hier durch. Hau ab. Hau ab. Ich locke sie. Was? Wie kann die mich treffen? Alter, durch das Holz durch. Alter, das ist einfach nur Cheating, was die macht. Ohne Mist, das war durch das Holz durch. So ein Schwachsinn. Das war wirklich blödsinnig. Das war blödsinnig. Also, aus dem Winkel her, äh, geht das nicht. Alter, ganz ehrlich. Das geht überhaupt nicht. extra den Winkel verkürzt. Voll von Arsch. Ja, ich bin damit tot, ne? Ja, ey, ganz ehrlich. Der Winkel war... geht nicht. Kann nicht werfen. Und trotzdem switcht's da, schlittelt's und schwadelt's da durchs Holz durch. Ach, scheiße. Ich wusste nicht, dass du am recht tot bist. Ja, ich hätte nicht erwartet, dass die mich da trifft. Ich wollte sie extra weglocken von dir. Vor allem, wo war die denn auch, bitte? Ja, die kämpft halt ganz weit weg. Und guckt dann nur auf dich. Achso. Weil die halt werfen kann. Das ist schon clever, muss man mal sagen. Clever gemacht. Ja, aber wie weit? Kann man denn bitte werfen? Du bist ein Widerstand, kommt höchstwahrscheinlich. Ja, war aber auch dumm von mir. Ich hab den Winkel verkürzt, aber trotzdem den Weg zu weit gehabt. so, dass ich direkt den nächsten Hit kassiere. Das war voll dumm. Sau dumm. Sau dumm. Trotzdem spaßig. Sehr guter Runde. Oh, renn, 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 renn. Sie ist hinter dir. Hab's gesehen. Ist hier irgendwo... Da ist ein Brett. Links neben dir. Jetzt eine Runde rennen. Und das Brett. Und jump. Ja, das ist immer scheiße, das Brett. Weil die ihn werfen kann. Mach! Mach! Ich weiß, was ich mach. Mach was! Sie trägt dich wenigstens nicht in den Keller. Oh, die Schabracke. Oh, die machen den Jem fertig. Ah, Odakudrak. Ist da ein Weg zu dir? Alter, wie schnell ist sie denn? Ist ja der Hammer. Ah, jetzt kommst du wieder zurück. Ja, ja. Sieht aber auch gleich die andere. Ist auch geil. Hat sie sofort gesehen. Keine Ahnung. Hat sie sofort gesehen. Oh, Odakudrak. Das wird was. Du musst nach rechts abhauen, ne? Von dir aus rechts. Oder geradeaus. Geradeaus. Rennen. Oh, shit. Oh, das war auch ganz knapp. Dein Selbstheilungsversuch. Heil dich. Sie kommt von rechts, ne? Sie kommt von rechts. Ruhig, ruhig, ruhig. Hinhocken, hinhocken. Und heilen. Nicht rennen. Warum rennst du denn? Ja, weil ich aus Versehen den falschen Knopf gedrückt habe. Deswegen vielleicht. Ich bin jetzt tot. Okay, dann liegt es an den Beinen. Der andere heilen. Müsste jetzt die andere sofort heilen. Einmal andipsen. Ah. Fuck. Die Runde ist nicht gut. Es ist nicht gut. Die war einfach zu gut. Obwohl ich diese Hasenfrau sauscheiße finde eigentlich. Ja, aber wenn man gut ist. Ja. Dann ist mal gut, ne? Ja, dann ist mal gut. Die ist halt doch nicht so schlecht. Meine Güte, die hat über die halbe Map geworfen. Die hat eine ganz schlechte Hasenfrau, ne? Das ist eine sehr gute. Ja, echt. Die eine gibt auf, die andere schmetzelt und alle nieder. Macht es aber auch clever hier. Die ganze Zeit so rum, aber immer wieder so den anderen suggerieren. Los, komm, do it, do it. Otaku Ildak hat auch den Schlüssel, ne? Oh, oh, that's it. Zack, direkt einen abgekriegt. Ja. Fuck. Ja, also die kämmt ja nicht mal. Aber sie hat wirklich genau den Abstand jetzt mit Axt. Und das war's. Ja. Ja, das... Bei der darfst du sowas nicht machen. Nee. Außer du triffst sie ganz safe, aber... Mhm, ansonsten bist du echt, bist du dead by daylight hier. Alter, ist die gut. Aber es ist interessant mal zu sehen, ne? Ja. Oh, die hat irgendwie Schlüssel. Ja, ja, hab ich doch gerade gesagt. Ach, das hab ich irgendwie nicht mitbekommen. Jetzt, warum kriecht sie nicht weg? Sie ist doch jetzt beim anderen. Ist doch klar, dass sie gleich nur noch kriechen wird. Sie kann doch nur noch auf die Luke spekulieren. Jetzt irgendwie ins hohe Gras oder sowas. Oder sie hat dieses Pirk. Das geht natürlich auch. Hä? Was ist los? Weiß ich nicht. Hat sie das Spiel verlassen? Wer? Der Killer? Nee. Ach, die anderen beiden haben das Spiel verlassen. Nee, oder? Tatsache. Gibt's ja gleich erstmal einen so... Spasten. Melde diesen Spieler. Exploits. Nee. Unkameradschaftlich. Auf jeden Fall. Ja, krieg auch erstmal ein Download. Wie geht das? Was ist das Zeichen? Da hinten diesen Daumen drücken. Exploits oder unkameradschaftlich? Unkameradschaftlich. Macht man nicht. Macht man nicht. Hat wirklich fair gespielt und fair gewonnen. Wir waren scheiße. Aber auch. Wir waren scheiße. Die war gut. Das war gut. Vielen Dank.